Ja, der Kollege hat gut lachen, aber ich habe natürlich nicht gut lachen, aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir in dem Torsten und ihr seht das, hier kommst du ins Dorf rein, bist du sofort zerstört, also das Ding müssen wir erstmal wieder aufbauen, aber ich wollte natürlich auf zwei Sachen heute in jedem Fall zu sprechen kommen. Ich habe jetzt gerade nochmal den Emulator gewechselt, da hat mir doch irgendwas nicht gepasst, aber ich meine, der Kollege hatte ja gut lachen und warum hatte er gut lachen, gar keine Frage, weil wir natürlich unseren letzten Clankrieg super super gewonnen haben, das habt ihr jetzt eben schon im Vorsprang gesehen, also Gruß an die Farmgötter gehen raus, ihr solltet in jedem Fall beim Farm bleiben und nicht beim CK machen bleiben, Ironie off, natürlich habt ihr gut gekämpft hier, hat nicht ganz gereicht für euch Und was wir aber gleich sehen werden, also ich wollte euch eigentlich einen super super Angriff zeigen und ja, ihr habt es ja schon gesehen, keine einzige Wiederholung mehr verfügbar, ich hätte kotzen können heute, denn ich habe wirklich nicht mit einer Wartung gerechnet Und das war eine Situation, ich glaube es war vom Splat, zwei Drachen fliegen auf die Adlerartillerie zu, sie sind nicht mehr in dem Radius der Adlerartillerie, sondern schon in dem, in diesem kleinen Radius, wo sie nicht mehr schießt Und zwei Feger stehen dahinter und pußen die Drachen immer schön nach hinten, so kleine Stück und das ging wirklich immer hin und her, über eine Minute lang, glaube ich Ich habe hier wirklich gesessen, wir haben alle scheiße geschrien und haben uns hier wirklich kaputt gelacht, das war so eine irrwitzige Situation Ich konnte es leider nicht für euch festhalten, denn ich hatte gestern Abend keine Lust mehr, noch mehr aufzunehmen, aber ist nicht so schlimm, heute ist natürlich auch was passiert Es war ja Wartung, aber die Wartung, ich meine hier im deutschen Client ist mal wieder alles stehen geblieben, muss man dazu sagen Der Confederation Cup ist schon ewig vorbei und bzw. zumindest das Spiel hier ist vorbei Dass wir ein neues Jahr haben, wissen wir auch und dass es auch neue Preise gibt, wissen wir auch Also müssen wir das Ding hier mal wieder auf, nicht da, sondern hier auf Englisch stellen Und ihr seht, ich bin hier getrennt an dem Gerät, an einem anderen Gerät, bin ich mit einer ID verbunden Das ist auch ganz witzig, weil ich den hier jetzt gerade ganz neu eingerichtet habe Also stellen wir hier einmal mal wieder auf Englisch um Und dann sehen wir auch das, was heute eigentlich passiert ist Denn heute hat der, ihr seht das hier jetzt auch schon, das leuchtete gerade rot Hier hat heute der Bad Spade, ja sein Balance Changes bekommen, also sein Nerf bekommen Das, ihr, nicht ihr, sondern viele, viele haben lange genug wahrscheinlich gemeckert Und das war aber so ein bisschen abzusehen, denn der war wirklich, wirklich stark Und ihr seht das hier, auf Level 1 macht er jetzt nicht mehr 10 10 Fledermäuse, sondern nur noch 7 Und ich meine auf Level 5 macht er nur eine Fledermaus weniger Aber die, der, oder bei der ersten Attacke ist das Delay jetzt etwas größer, wo die anfangen zu feuern Und von einer Sekunde zu 1,5 Sekunden, das ist schon wirklich, das ist sehr, sehr viel Das glaubt man nicht Wir haben den aber heute schon getestet Und er funktioniert immer noch ganz gut Also er funktioniert immer noch ganz gut Ich muss mal gerade gucken, ich glaube hier oben hat ihn jemand auf die Base von Felix getestet Ja, und er funzt also immer noch Und ja, der Jakuza ist hier aber tatsächlich jetzt mal auf 2 Sterne gegangen Und ja, ich denke mal, nach wie vor ist damit was zu reißen Auch wenn er jetzt ein bisschen genervt wurde Mal sehen, wie sich das im Spiel auswirkt Da gibt es sicherlich jetzt wieder andere Taktiken Um diesen Spell hier jetzt nach wie vor einzusetzen Ich meine, es ist ja nach wie vor ein guter Spell Wofür brauchst du diesen denn ansonsten noch Wenn du ihn jetzt nicht effektiv einsetzt Und es gibt ja einige Zauber, die werden auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt Ihr wisst das selber von mir, der Erdbebenzauber Ich meine, ab und zu mache ich mir die Mauern auch mit dem Erdbebenzauber dann auf Auch wenn ich der absolute Erdbebenzauberhasser bin Aber gerade zu Zeiten, wo ich so viel Dunkles habe Und ein bisschen Elex sparen muss Bis da aus den Farm folgen Da ist es natürlich so, dass ich dann das Dunkle raushaue Also da sind mir dann die Zauber natürlich auch egal Möglichst viel Dunkles Und um halt Elex zu sparen Denn so ein Sprungzauber ist dann schon extrem teurer Und auch die anderen Zauber Heilzauber, Wutzauber Gegenüber dann, ich nenne es mal so, vier Erdbebenzaubern Und deswegen glaube ich, kann man die immer noch gut gebrauchen Zumindest hier die Fledermäuse Also gar nicht mal schlecht Kann ich euch halt keinen Klankriegsangriff zeigen Da muss es bei so einer Friendly Challenge bleiben hier Wir gehen aber gleich farm mit diesem Account hier Ich hatte ja gestern schon angekündigt, ich werde ein bisschen farmlastiger diese Woche Und ich glaube, ich muss hier noch zweimal mit diesen Hexen angreifen Auch das bleibt nicht aus Ich werde aber auch dort zwei verschiedene Armeen mal bauen Um die Hexen halt so ein bisschen abzutesten Hier auch für euch Und zumindest für die Rathos 9er So als Taktik Ich habe hier noch keinen Max Level Aber der Schäf hier wird der nächste Mein nächstes Rathos 10 werden Ich habe hier ab morgen kein Rathos 10 mehr für euch Und denn der Avatar liegt glaube ich morgen oder so Oder übermorgen Wird der Rathos 11 Und damit habe ich erstmal dann keinen 10er Und deswegen muss ich hier den Schäfer halt so ein bisschen bemühen Naja, ich meine zwei Sterne Ja Viel ist da jetzt auch nicht mehr über Also kann man überdenken die Taktik Kann man überdenken Und ich glaube, ah ja Meine Clanburg ist natürlich noch voll Weil ich lege die immer pennen Dann habe ich die nämlich immer noch Und ja, 5 Bohler Perfekt Habe ich ein bisschen Hexenvolk dabei Ja, ich habe Hexenvolk dabei Zwei Wut Zwei Sprung Vier Heiler Zehn Hexen Ich denke, ihr kennt diese Kombi Zumindest die Rathos 9er Meine Helden Ja, lassen noch ein bisschen zu wünschen Aber der King ist auch ganz schön teuer Lange Rede, kurzer Sinn Wir gehen in die Warteschleife Und suchen uns mal ein paar Gegner Erster Klick Wunderbar Brauche ich gar nicht lange suchen Natürlich die X-Bogen auf Boden Aber 2,8 dunkles Den nehmen wir mit Und hier muss ich ja auch noch Die Tränke nehmen Jetzt muss ich mal gerade schauen Wie man den eigentlich macht Das ist eine Kombi Die kann ich nicht Die kann ich nicht gut Erst recht nicht gut klicken Und Aber wie gesagt Das ist eigentlich Ist eine Kombination Die ich auch nicht so mag Aber mal sehen Wie wir uns hier schlagen Ich setze die mal ganz ganz bewusst Weit in die Ecken Ah ja, okay Die sollen Die sollen natürlich hier Die Hexen heilen Die Heiler Die heilen auch gerne mal was anderes Nämlich die kleinen Skelette Das ist dann immer ein bisschen dusselig So komme ich denn jetzt mit meinen Mauerbrechern hier durch Oh, der hat eine offene Mauer Das ist natürlich cool Da kommen wir jetzt rein Das ist super Dann verbrauche ich nämlich keinen Kein zweiten oder keinen ersten Sprung Zauber Um hier in die erste Mauer zu kommen Sind auch ganz gut durch glaube ich Und jetzt gehe ich mal ein bisschen Aber mal wieder ein bisschen näher für euch rein Ist klar Ja, Emulator Ich setze doch a different unit Das mache ich Aber wir wollen erstmal den dicken Potty in der Mitte haben Und was haben wir hier Oh, 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 oh Da haben wir nichts Gutes Ähm, da haben wir nämlich Ballons Ah, da muss ich die nochmal in die Mitte in Wut bringen Hier den Den King jetzt ganz ganz fix hier wegbringen Und okay Das waren die Ballons Super Das war schon mal nicht schlecht Dann können wir hier außen so ein bisschen mit Kling ab reingehen Also ja, tatsächlich ein bisschen farmlastiger Ähm Und auch schon unten mal wieder natürlich ein bisschen später Für mich war es jetzt die erste richtige Arbeitswoche Ich habe zwar letzte Woche schon drei Tage gearbeitet Aber da war noch nicht so viel los Man merkt schon Dass jetzt heute am Montag Die Äh Ich wollte es gerade sagen Die Geschäfte wieder aufhaben Nein Die Geschäfte wieder richtig losgehen Und wir haben irre viel zu tun gehabt heute Und das wird sich jetzt auch erstmal nicht ändern Das heißt also Ein bisschen weniger Zeit natürlich zum Clashen Aber ähm Das kriegen wir sicherlich hin Dass ich euch immer wieder ein bisschen was zeige Und natürlich auch in den Clans meine Angriffe machen CWL startet morgen Bin ich ganz ganz gespannt drauf Äh Denn da ist ja auch wieder eine totale Flugtraktion Oder Rotations Nach dem Rotationsprinzip drin Ähm Aber den haben wir ja eigentlich schon auf Null gefarmt hier Ne Machen wir den noch ein bisschen weiter Wir gucken mal wie weit die hier jetzt noch kommen Und ähm Dann äh Wird das sicherlich auch was Was werden Aber ähm Für die Rathaus 9er habe ich so ein bisschen was aufgetan Zumindest in zwei Clans Also beim Herausforderern und bei den Spätzl mit Soos Wissen die Leute Bescheid Aber ich hatte jetzt mal nachgezählt Bei uns Spätzl sind wir nur noch Ob drei Rathaus 9er oder vier Ganz ganz wenig Der Rest ist schon zehn Und den haben wir hier ganz zerlegt Okay Leute Ich lasse euch das jetzt laufen Sechs Sekunden noch 4, 3, 2, 1 Aus dem Haus Okay Schade Nicht ganz geschafft Aber 95% Passt hier Vielen lieben Dank Dem Wer war es eigentlich Wer war es eigentlich Oh das musste ich gerade wegklicken Denn Clash of Clans habe ich schon tausendmal bewertet Der Abang Okay Vielen lieben Dank Abang Dann machen wir einen kurzen Cut Ich baue mal eine ganz andere Armee jetzt nach Und ähm Ich würde sagen Wir hauen uns auch einen Schub rein Hier als magischen Trank Habe ich noch welche Jo Ich habe hier noch ein paar Zum Start von Rathaus 10 Habe ich hier in jedem Fall 21 Ressourcentränke Das ist richtig richtig nice Also kurzer Cut Und zweiter Angriff Oh Um meine Umkosten zu decken Muss ich den mitnehmen Den nehmen wir in jedem Fall mit Hier 4700 dunkles Plus den netten Bonus Und ihr seht das mit Was für einer Armee ich jetzt Dabei bin Deswegen sage ich auch Ich muss die Umkosten hier decken 4 Rolams Ist eigentlich nicht so Es ist nicht so die Armee Die ich so häufig nehme Wir kommen mal der Queen entgegen Aber es ist ja auch keine So wirklich gute Base Vor allen Dingen Kann man da irgendwie reinlatschen Habe ich das Gefühl Kann das sein Ich setze die hier jetzt mal So ein bisschen breitflächig Und nehme jetzt mal Meine Clan Burg hier mit rein Oh da Da verrecken gerade meine Mauerbrecher Okay Das ist natürlich ein bisschen dusselig Aber mal sehen Ob es jetzt wenigstens Zwei Golems hier mit reinzieht Oh 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 Das ist nicht gut hier Das ist gar nicht gut Was hier passiert Die Lohns müssen in jedem Fall weg Da muss ich Da muss ich ein Doppelgift drauf ballern Da muss ich leider ein Doppelgift drauf ballern Das ist leider mal so Und hier nochmal Der hinten Wut Und wo können wir denn eigentlich rüberspringen Da hinten machen die das Dann jumpen wir hier mal Ah den hätte ich besser setzen können Mist Na ist nicht so schlimm Den hätte ich etwas besser setzen können Wo gehen die Magier hier noch hin Wo sind denn eigentlich meine Gulis Ah die Ja okay Die sitzen da hinten natürlich an der Mauer jetzt fest Ist aber nicht so schlimm Und ihr habt vor allen Dingen Glück Ich kann euch doch noch einen Clan Kriegsangriff zeigen Springe ich gleich aber rein Und schönes Ding denke ich mal Von mir selber gemacht Mit dem anderen Rathos 9er Denn ich musste noch beim Clan Sitte Säbeld angreifen Also Only Rathos 9 heute hier Ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm Jetzt für euch Aber gestern hatten wir ja auch Eine Rathos 8 Folge Und ich glaube die kam auch ganz gut rüber Zumindest habe ich ganz nette Resonanzen von euch bekommen Was die Angriffe dort anging Und auch das Farm Das ist ja irgendwann Sind die Accounts ja auch hoch Jetzt muss ich aber mal gerade schauen Wo ich meine beiden Ah wo ich die drei noch setzen kann Ich glaube die kann ich hier hinten schon setzen Wir nehmen den ganz auseinander hier Mal sehen ob wir jetzt gleich noch einen Bonus reinkriegen Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet Und dann steht hier hinten nur noch der Bogenschützenturm Also nette Truppe hier Ich denke mal Da kann man auch was im CK mit machen Mal sehen Ob ich die nicht mal irgendwie nutze Ah cooles Ding hier Echt geiles Ding Und dann springen wir direkt auf den anderen Rathos 9 Und machen dort unseren CK Und der war ganz witzig Ich bin nämlich mit der Prämisse hier in diese Base reingegangen Also es ist eine Rathos 10er Base Allerdings nur so ein bisschen Flächenschaden Schon mal auf Rathos 10 Aber die Base ist schon mal ein bisschen größer Als so eine Rathos 9er Base Also ich bin mit der Prämisse hier reingegangen Ich scoute mal die 10 Und aber netter Scout Ist mir glaube ich ganz gut gelungen Hätte ich Ich habe da wirklich nicht mit gerechnet Und umso schöner ist, dass ich euch jetzt noch ein Gerock zeigen kann Ihr seht das hier Mein Golem schafft nicht mal das erste Feld Ich meine brauchte der auch nicht Ziel war es nur die CB hier raus zu locken Und die Queen zu schaffen So eine CB übrigens mag ich gar nicht Denn wenn der Elektro-Drache natürlich jetzt gleich hoch geht Dann beziehungsweise wenn er mal richtig Dampf ablässt Der Gift war nämlich nicht so super geworfen Dann ist es ganz schön essig mit den Truppen Und ich habe aber glaube 28 Hawkswans Die ich jetzt so ein bisschen versuche hier Surgical zu setzen Also wie gesagt Ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier ein 3-Stellen-Angriff wird Die Teslas hat da Ah ja, okay, ist klar Teslas sind natürlich schon mal Maxed Und ich glaube der ein oder andere X-Bogen Ja, da ballern sie Ist auch schon auf Rathos 10 Niveau Also Donnerwetter Toto, der war mal nicht schlecht Nach der letzten Woche Wo ich ja nur die 99er und 98er hatte Doch mal wieder ein 100er zu zeigen Ist ja auch so ein bisschen beruhigend Dass es noch klappt Hier hinten ist auch der große Magiaturm Also der, der schon auf Level 10 ist Allerdings ist ein Level hochgegangen Und hier habe ich eigentlich schon gedacht Oh, da schießt er jetzt gar nicht mehr so viel Und ja, nur noch der eine Tesla hier Und dann ist das gewesen Kurz noch den King hier umballern Ich meine 12er King Das ist jetzt für 5 Hawks Kinderspiel Und dann ging es jetzt nur noch ums Cleanup Oh, schade Mein King hat es ja doch noch zerrissen Aber besser den King als die Schweinereiter hier Denn die machen hier jetzt noch ein bisschen Ordnung in der Base Und die räumen nämlich ganz bis zum Schluss ab Also krasses Ding hier Ich hätte wirklich damit nicht gerechnet Dass ich den auf 3 bringe Und aber umso schöner Den habe ich jetzt vor wirklich ein paar Minuten Eben am Tablet In so einer kurzen Drehpause gemacht So geht das hier bei mir Und denn ich gehe mit dem Account hier Mit dem Donnerbengel Ligaspien Wir haben nämlich einen zweiten Clan aufgemacht Sitte Säbelt 2 Und dort spielen wir natürlich mit den Liga Die hier nie zum Zuge kommen Sonst hätte ich hier wieder eine Woche zugucken müssen Und so geben wir auch unseren Rathaus 9ern Die Chance an der Liga teilzunehmen Nur teilzunehmen In welcher wo wir dann eingruppiert werden Wissen wir noch nicht Aber ich denke mal Das war uns da wenigstens ganz gut schlagen Wir können ein paar Marken mitnehmen 100% Alter ist das geil Guter Scout Ich scoute euch mal die 10 Und da gehe ich jetzt in jedem Fall rein Also wir führen 38, 32 Ich denke mal Das Ding gewinnen wir auch Und die die den Clan ja kennen Wir sind auf einer guten Spur Ihr seht das hier Nach der Übernahme Nur Wins Also super Sache hier Super Clan Ich werde auch mal wieder ein bisschen Bisschen mehr glaube ich Aus diesem Clan hier zeigen Und ich gehe jetzt erstmal in den Clan Ich glaube es ist die Säbel 2 heißt er Ich habe mir den gestern schon mal weggepinnt Jetzt wird die Folge dadurch für euch ein bisschen länger Aber ich glaube das ist nicht so schlimm Ja da sind wir 11 Da komme ich in jedem Fall zum Zuge Also ihr seht das hier Das sind Izu ist dabei Geil Sowas Und dann werden wir hier in jedem Fall Denke ich mal eine schöne Liga spielen Ja mal sehen Das wird sehr sehr hart 9 lastig hier werden Und ich hoffe ihr hattet Spaß an der Folge Ein bisschen Rathaus 9er Action heute mal Und zeige ich es heute richtig Nein ich zeige es natürlich heute falsch Abonnieren Blocker aktivieren Und liken Vielen lieben Dank Bis dahin Euer Toto Christian Bis zum nächsten Mal.